Wenn Sie erfahren, dass Sie positiv getestet wurden, bleiben Sie bitte mindestens zehn Tage zu Hause. Bitte informieren Sie das Gesundheitsamt, am besten online, zum Beispiel über unser Webformular. Bitte informieren Sie auch Ihre Kontaktpersonen. Auch zu Hause müssen Sie Hygieneregeln einhalten, um Ihre Haushaltsmitglieder nicht zu gefährden. Bei Symptomen, bei behandlungsbedürftigen Symptomen informieren Sie bitte Ihren Hausarzt. Bei engem Kontakt gilt 14 Tage häusliche Quarantäne. Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt, am besten online, über unser Webformular. Bitte halten Sie sich auch zu Hause an die Hygieneregeln und beobachten Sie täglich Ihren Gesundheitsstatus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017